Hast du schon von Staffelkulturen gehört? Wir sind Swissnotil und leiten das Ressourcenprojekt Staffelkulturen, das im Januar 2024 begonnen hat. Staffelkulturen ist eine Anbaupraxis, bei der zwei Hauptkulturen in einem Jahr und auf einer Parzelle gestaffelt angebaut werden, ohne eine brachliegende Zeit zwischen den Anbauperioden. Beide Hauptkulturen wachsen während einer gewissen Zeit gleichzeitig auf demselben Feld. Saat wie auch Ernte sind zeitlich gestaffelt. In technischer Hinsicht sind mehrere Kulturdesigns denkbar. Die erste Kultur sollte nach den Spuren des Mähdreschers gesät werden. Die Aussaat der zweiten Kultur erfolgt in den Reihen, die bei der Aussaat der ersten Kultur freigelassen wurden. Diese Technik ermöglicht es, die Fläche optimal zu nutzen, indem zwei Hauptkulturen im Laufe des Jahres angebaut werden. Studien haben gezeigt, dass Staffelkulturen das Potenzial haben, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Indem zwei Kulturen gleichzeitig angebaut werden, wird der Boden bedeckt gehalten, Erosion verhindert und das Bodenleben bewahrt. Zusätzlich zur Einkommenssicherung durch die doppelte Ernte ermöglichen die Staffelkulturen je nach Kulturkombination eine bessere Wasser- und Nährstoffausnutzung durch die unterschiedliche Wurzelarchitektur sowie die zeitliche Verschiebung des Wasser- und Nährstoffbedarfs. Unser Projekt zielt darauf ab, diese Technik in der Schweiz zu erproben, um ihre Machbarkeit für eine großflächige Umsetzung zu bewerten. Das Hauptziel besteht darin, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln um 20 Prozent zu reduzieren, während gleichzeitig die Effizienz der Flächennutzung erhalten bleibt, gesteigert wird. Für das Projekt werden Betriebe aus den Kantonen Aargau, Bern, Freiburg und Solothurn rekrutiert. Durch die Teilnahme an diesem innovativen Projekt erhalten die Betriebe Beiträge als Gegenleistung für ihre Beteiligung und ihre Zusammenarbeit. Wenn du Interesse hast, an dem Projekt teilzunehmen, kannst du dich auf der Website www.notill.ch slash Projekte informieren oder uns an info at notill.ch direkt anschreiben. Mach mit und werde Teil dieses Abenteuers!